Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Hard to be a God. Ja, die restlichen Sachen sind alle verkauft und es kann wieder richtig schön weitergehen. Und hier wartet direkt schon wieder der erste Bandit auf uns. Ja, dem werde ich doch direkt mal freundlich begegnen, indem ich ihn einfach umbringe. Mein Pferd macht gerade hier irgendwie komische Bewegungen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ah, jetzt scheint es wieder normal zu sein. Ja, wer weiß, was da gerade los war. Der Bandit hält auch wieder viel aus, ist ja Stufe 4. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht über die Ausdauer. Ich denke, für den richtigen Kampf reicht die auch. Und wenn sie nicht reichen sollte, kann ich ja jedes Mal kurz absteigen. Und danach zurück aufs Pferd kehren. Aber zum Reisen sollte ich vielleicht ein anderes rausnehmen. Naja. Es ist halt wirklich schnell. Alle, obwohl die anderen ja jetzt auch nicht viel mehr haben. Ja gut, nochmal 50% mehr ist schon ein Stück. Bisher hat es ja gereicht meistens. Ja, schauen wir mal, was der hier von der Turnier-Idee hält. Du bist genau auf der Zeit, wie immer, mein Freund. Ich will jetzt noch mehr als je vorher relaxen. Die Baroness hat mir gesagt, dass sie eine wunderbare Zeit dort hat. Während ich hier rote, wegen der lössten Wein. Ich muss sehr, dass wir ein bisschen freshes Luft bekommen. Können wir gehen, Baroness? Was sagst du denn? Hm. Da ist ich anscheinend nicht mehr ganz sicher hier, was er machen soll. Da muss man wieder Selbstvertrauen gewinnen, habe ich das Gefühl. Was Entspannung angeht, so bin ich unbedingt dafür. Aber sollten wir die Zeit nicht anders verbringen als mit der Jagd? Ich wollte einen Kampf vorschlagen. Ihr habt mich missverstanden, Baron. Ich finde, wir sollten ein Turnier organisieren, genau wie in den guten alten Zeiten. Ein Turnier? Ist das, wenn zwei Riders auf vollem Tilt klassen, ihre Speer in kleine Stückchen brechen und ihre Blut auf den Gesichtern des Spektateurs? Oh, ja. Ja, ich erinnere einen von diesen, aber das war sehr lange vor. Wenn ich mich nicht verstanden habe, war es das Jahr, in dem ich zuerst eine Frau kennengelernt habe. Hm. Baron, ich fürchte, dass ein Ritterturnier zu altmodisch ist. Ich meinte, eines ohne Pferde, in voller Rüstung und mit Zweihändern. Verdammt. Aber ist eine unbezügliche Kampf für gemeinsame Menschen? Wie könnte das wohl sein, Baron? Welcher Kleinbauer könnte einen Soran-Kettenpanzer und ein Schwert wie ihr haben? Es sollte ein Kampf ohne Pferd sein. Also, es gibt keine broken Speer? Oder Blut auf den Gesichtern des Spektateurs? Das ist ein Schade. Gut, könnt ihr das organisieren? Es ist sehr schwer, heutzutage edelblütige Männer für eine gemeinsame Sache zu gewinnen. Also brauchen wir jemanden, dessen Autorität uneangefochten ist und der einer uralten Blutjähne angehört. Ihr könntet das tun, werter Pampa. Baron, du glaubst mir wahrscheinlich nicht, aber ich wollte, dass ich so etwas wie das all mein Leben machen wollte. Ich werde sofort zu kommen. Ich werde die Pferd aus diesen pompös, arroganen Fuhlern schenken und sie zurück zu Leben bringen. Das hört sich doch gut an. Da haben wir genau den richtigen gefunden. Könnte es sein, dass ihr angefangen habt, in Fersen zu sprechen, lieber Pampa? Wer, ich? Nassens. Ich habe nie mehr Zeit auf solchen Trifeln verwendet. Das Sprechungsplatz wird auf der schweren Schwertsstrakt. Wollt ihr auch in dem Tournament spielen, mein Freund? Perfekt. Jetzt müssen wir alles, was wir tun haben, ist finden... Oh, Gott, verdammt! Was ist denn? Ja, dass er in Fersen spricht, hört man natürlich dann eher nicht im Deutschen. Barron, ich werde den Richter finden. Sagt mir nur, wo ich ihn suchen soll und schickt einen Gesandten zu Zed. Ich sagte ihm, dass er am Turnier teilnehmen kann. Perfekt, mein Freund. Just perfekt. Dann werde ich dich und den Juden wieder auf dem Trifeln warten. Das letzte Ort, wo er gesehen hat, war in der Dekka Barony. Sein Name ist Don Makazu. Geh diesen stöbernen alten Götter, an irgendeinem Kosten. Das Tournament wird nicht ohne ihn gehalten. Ich verstehe, Baron. Ja, das klingt doch gut. Tausende Erfahrungen auch noch eingesackt. Das ist ja, ja, annehmbar, sage ich mal. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig für so eine kleine Reise. Und ich werde keine Zeit verschwenden und mich sofort aufmachen, um hier nochmal ein bisschen zu erkunden. Weil ich glaube, ich habe hier etwas vergessen, oder? Ich kann mich nicht erinnern, hier schon drin gewesen zu sein. Aber ich war es anscheinend doch schon. Ja, ich war es anscheinend doch schon. Ja, solche Dinge vergesse ich anscheinend. Ja, wenn ich da war, dann werde ich wohl auch an den anderen Sachen gewesen sein. Oh, mein Pferd war jetzt in der Treppe. Ich dachte schon, das funktioniert hier wieder nicht mehr. Ja, wo geht es denn jetzt hier raus? Okay, hier bin ich. Alles klar. Ich hatte gerade ein wenig die Orientierung verloren, aber jetzt ist alles wieder super. Und ich kann mich wieder auf den Weg zum richtigen Gebiet machen. So wie ich das gehört habe zu Baron Dekas anwesend. Und wir schauen uns das mal wieder an. Okay, ja, erstmal hier die Karte realisieren. Ja, ist ja auf den anderen Sachen auch noch alles in Ordnung. Hier ist natürlich immer noch das mit dieser Statue. Und das hier unten, das wird wahrscheinlich erst, ich denke, ein gutes Stück später freigeschaltet. Da muss ja noch irgendwas passieren. Wir haben jetzt ja erstmal mit dem Turnier und den Amulettstücken zu tun. Bis wir zu dem Gebiet kommen, dauert das bestimmt noch ein Stückchen. Und bei Baron Dekas haben wir uns auch, soweit ich mich erinnern kann, nicht richtig umgesehen. Oder? Ich glaube, wir kamen nicht in seine Hütte rein, so wie es aussieht. Aber das können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht. Denn wir müssen hier ja nur den Schiedsrichter besuchen. So, der lebt anscheinend hier, aber da muss ich von der anderen Seite hereingehen. Wir waren anscheinend wohl auch ein paar Aufständige, aber die haben wir einfach außer Acht gelassen. Ja, eine alte Frau in den Regalen scheint nichts zu sein. Aber die Kisten hier sind noch unberührt. Das heißt, ich werde auch diese arme Familie wieder plündern. Das ist ja kein Nachteil. Und hier gibt es auch wieder ein Buch, das gefällt mir. Duell-Kodex? Haben wir das nicht schon einmal? Ja, tatsächlich. Naja, jetzt haben wir zwei. Aber der muss sich ja dann auskennen. Don Makazu. Wie kann ich dir helfen, junge Mann? Tja, das ist eigentlich ganz schnell gelöst. Seid ihr Don Makazu, der Schiedsrichter der königlichen Wettkämpfe? Ihr seid verstanden. Wahrscheinlich ist der nur ein bisschen schüchtern. Und will das nicht zugeben oder so. Mal schauen. Ihr seid also nicht Makazu. Warum? Ich bin Makazu. Aber ich bin kein einfacher Juden. Ich bin der König der Arme. Der König der Schüchtern. Der König der Schüchtern, Dance und Etikett. Count Piani Taz Makazu. Der König der ersten König der Arknar. Okay, er ist nicht schüchtern. Er ist eher etwas exzentrisch. Naja. Dass der uns noch nicht kennt. Ähm. Ähm. Don't be shy. I can read you like a book. You studied in a military academy for two years. And practiced sword fighting for fifteen. You are an uncouth and illiterate adult. Just like Pampa. He chooses friends that are just like him. You have not even bothered to introduce yourself young man. Hm. Der Typ ist mir ein wenig suspekt. Das ist hier... Ja, ganz schön... Komisch. Bitte entschuldigt. Ich bin Baron Musin. Ihr habt recht. Baron Pampa, schickt mich. Also, was braucht unser ill-mannered Baron? Und? Na? Ja. Er braucht einen fähigen Schiedsrichter, der sich mit den Turnierregeln und dem Duellkodex ausführt. Kennt. The Ball sagt, ihr seid der beste Kampfrichter in ganz Arkana. Are you trying to insult me young man? I am not the best. I am the only one. But you have intrigued me. On the one hand, I've journeyed here to be as far as possible from the uncouth Pampa. But on the other hand, there hasn't been a good tournament for two cycles now. And I could die any day. But. Who will compete in the tournament? Ich weiß es nicht genau. Das Turnier wird von The Ball organisiert. Ich weiß sicher, dass Graf Z dort sein wird. Don Makatsu, ihr wisst ja gar nicht wie... Don't mention it young man, it's nothing. I do it neither for you nor for your Pampa. It's my own whim. Where and when will the tournament be held? Im Gebiet der schweren Schwerter. Alles ist vorbereitet. Sie warten auf uns. You've chosen the right place. Well in that case we do not want to make the noble Don's weight. I will pack my things shortly. Wait for me at the stable young man. Wie ihr wünscht. Aha. Seugt der uns jetzt oder was? Mal sehen. Ach nicht, dass ich den jetzt hier beschützen muss. Ach nee. Das ist jetzt hier nicht... Ich muss jetzt nicht auf den warten, oder? Na ja, ich kann ja in der Zeit mir die Zeit vertreiben und ein paar Banditen plätten. Das gefällt mir doch. Der wird hier schon kommen, oder auch nicht. Wir haben ja sehen. Mal sehen, ob ich ihm Schaden zufügen kann. Scheint nicht so. Oder doch. Weiß es nicht. Auf jeden Fall folgt er uns auf Schritt und Tritt. Der traut sich hier anscheinend nicht so allein durch die Gegend. Wie viel Leben hat er denn? 750. Er hat aber anscheinend noch keinen Schaden bekommen. Das scheint mir sehr ungewöhnlich. Ja. Dann füge ich ihm auf jeden Fall keinen Schaden zu. Und ich muss darauf achten, dass die anderen es genauso wenig tun. Ja, ich müsste mich hier natürlich um den Bogenschützen kümmern. Weil der nervt. Aber die anderen kämpfen dort. Und das muss mir wichtiger sein. Denn Don Makatsu muss beschützt werden. Leider ist halt die Steuerung hier nicht so präzise. Dass man dann nur bestimmte Leute treffen kann. Aber das ist ja gut, dass die Quest da so freundlich ist. Und einem das erleichtert. Ja, hier sind jetzt sogar noch Blutegel aus dem Sumpf gekommen. Also, dass der überlebt, wird nicht einfach. Wahrscheinlich muss ich auch ihm wieder ein paar Heiltränke reindrücken, wenn er nicht aufpasst. Ja, er scheint einen Schlag abbekommen zu haben. Aber das ist ja noch nicht viel. Weil auch hier gibt es anscheinend nicht wirklich gute Pferde. Und wir werden uns einfach hier der Straße an der Straße halten. So, wie sieht es denn aus? Da kommt er doch schon, ja. Und mit dieser Reise und den nächsten Gegnern geht es dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Tschüss.